Ich sehe auch keinen Schalter oder so, den man drückt. Ja, nur da oben ist Exit. Ja, das ist schon mal gut, dass da Exit steht. Ach, guck mal. Da oben gibt's auch noch. Ah ja. Ja, dann lass doch einfach mal da hin. Ah, guck mal. Und jetzt gibt's da. Nee. Ja, hm. Warte mal, du hast das Orange. Na ja, scheiße. Ich kann da jetzt nix dran machen. Ööö. Tschüss. Ah, nein. Oh mein Gott, ey. Das war. Das hat sich ja richtig gelohnt. Aber was ist denn hier mit diesen? Das verstehe ich nicht. Das stimmt. Du hast schon... Vielleicht müssen wir beide gleichzeitig an einem runterspringen irgendwie und dann treffen wir uns in der Mitte und bam, so weißt du? Jo. Aber nee, das geht doch. Das geht schon. Da muss ich nur schnell sein. Du musst dann auf... Warte mal, ich muss... Du musst die beiden, du musst einfach nur runterspringen. Du brauchst dich, um gar nix zu kümmern. Ich muss nur schnell sein mit dem Setzen meiner Portale. Okay, bist du bereit? Ja. Das geht echt. Oh mein Gott. Ich lache mich weg. Oh, richtig nice. Cool, ich kann dich auch... Ich kann dich umarmen, guck. Oh. Oh. Sauber. Wie dumm das einfach ist, ne? Oh, da ist es. Wo ist die Disc? Wo ist die Disc? Oh, da hat er sich schon wieder... Und Kino, jetzt gleich werden wir mal wieder geschrottet. Filme gucken. Nice. In Kürze fährt das Wort La fortlaufend wieder gut. Oh, scheiße, man. Das ist satt eindringlich. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der richtige Sicherheitsgrund lautet für... Ja, mhm. Und wieder alles vernichtet. Na, danke. Da sind wir wieder im Fitnessstudio. So gut, ey. Bin mal gespannt, ob der das bis morgen fällig gerendert hat. Ja, das sind jetzt irgendwie schon fast... Ja, fünf Stunden. Alter. Wir haben schon richtig gesuchtet. Die Flur haben wir. Äh, viertel nach neun. Viertel nach neun. Ja, man. Wir haben so hart gesuchtet. Ich hab das auch überhaupt nicht gemerkt, man. Ach, guck mal, da unten gibt's auch noch was. Oh. Oh. Böböööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Aber das ist, ich finde das ist voll geil, so von der Qualität hier da unten eigentlich richtig gut. Jo. Warte mal, mit ne Schraubenzieher? Ja, Mark, da jetzt. Scheiße, hätte ich mal nicht die Kisches gegessen, Alter. Das ist das Ding zu leicht. Wie cool. Okay, geht. Nein, geht doch nicht. Ist runtergefallen. Ich will das jetzt fertig machen. Warte mal, kann ich da ne Kamera draufstellen? Eine Wäscheklammer, Alter, wie gut wär das denn, eine Wäscheklammer? Hab ich ne Wäscheklammer? Nee, wir haben keine Wäscheklammer mehr. Nein, nicht da drücken. Ich mach das mit nem Teserstreifen. Ja, nochmal. Mal, Moment. Ich hab da jetzt einfach so ein Schraubenzieher draufgestellt. Der kippt gleich wahrscheinlich eh wieder um. Ja, ich hab da jetzt schon wieder um. Was hast du denn schon wieder gemacht? Wollte einfach mal gucken. Yeah, das geht. Ich hab einfach einen Teserstreifen dran gemacht. Jetzt ist deine Sicht permanent eingebildet. Äh, eingebildet. So. Ja, das ist voll gut, Mann. Das passt richtig gut. Ah, gut. Ist schon mal unterwegs. Du musst mal hier was dran machen und da oben. Ich warte mal auf dich. Ich bin schon in dir drin. Und runter, komm. Nein! Scheiße. Scheiße. Ey, das war jetzt, das war jetzt echt wieder so ne richtig fette verarschen. Oh, ne Kack. Richtig fett verarscht. Boah, war das ärgerlich. Genau in dem Augenblick. Ja, aber was jetzt? Das ist ja die Frage. Ja, runter. Ja, ich bleib mal hier. Ja, ist schon fertig. Hier ist so die Tür, Alter. Nein! Ja, aber, ne? Wenn ich jetzt hier weggehe, dann Ja, was? Gehe ich da unten der Boden noch weg. Achso, ja, das ist natürlich ärgerlich. Hä? Aber hier ist nix. Pfff, warte. Wie heißt denn das? Ah, doch! Hier unten ist was. Ja, natürlich ist hier unten. Okay. Ähm. Yo. Ich weiß jetzt, wie ich's machen muss. Pass auf. Wie denn? Du bist der Alter. Das ist die Überraschung. Aber im Moment, hast du das Tab jetzt eingeblendet? Ja. Ja, dann siehst du das doch schon. Ja, schon. Ah, fuck. So, jetzt pass auf. Huiiii. Oh, hohohoho! Halte! Das sah jetzt schon creepy aus. Oh, stopp! Nein! Boah! Alter! War das knapp! Ich glaube, ich flieg da jetzt reißen. Ne, was soll! Das hätte so sessen! Halo! Wir machen das tun! En, das ist übelgeil! Das ist aber wirklich, also, so irgendwie als Einblendung, wenn du ein Together machst oder so, ist perfekt. Das sollte jedes Spiel haben. Vor allem mein Teserstreifen an den Tabtast. Ich hab da jetzt so einen Schraubenzieher-Fallschung draufgestellt. Genau, den Schraubenzieher. Für Tastatur stehen. Wie muss dat denn aussehen? Behindert. Das glaube ich, Sepp. Es wäre sinnlos, bloß Gefühle zu verletzen. Doch wer sich den Testbeamten sieht, nachdem er in der Regel ist. Hauptsache, wir gucken... Scheiße, ich wollte nämlich gerade sagen. Hauptsache, wir gucken gar nicht. Wir gehen einfach mal rein, darauf geschüssen, was da ist. Was ist denn das hier für ein Schalter? Der hat dann automatisch ausgeblendet mit dem Tab. Stimmt. What the hell? Bei mir auch. Level vorbei war. Musst er mir eben neu machen. Dann muss ich jedes Mal den C... Teserstreifen hier neu kleben, oder wat? Ja, wie soll ich denn Schraubenzieher haben? Achso, da oben geht das auf. Hä? Wo kommen wir denn da rein? Ah, nee, du... Äh, doch, du musst da jetzt... Nee, da kommst du nicht durch, glaube ich. Warte. Ähm... Wat hältst du hiervon? Mach doch mal da einen hin. Aber du kommst dann nicht da rein in das Ding. Weißt du, was ich meine? Ja. Ihr mit dem Teil, da fliegst du einfach was, was ich wohin hier. Warte, vielleicht kommst du da... Nee, kommst du nicht. Schaust du nicht bis dahin. Oh ja. Ja, ich bin hier drin. Wie, wo, warte? Ja. Ich bin hier drin. Ja, ich auch. Das war wie eben. Über den komplizierten Weg einfach irgendwie da rein. Warte, wir brauchen auf jeden Fall da Teil. Und, äh... Ja, keine Ahnung. Nee, das geht schon mal nicht. Wir kommen wieder oben rein, aber wir kommen wieder oben rein. Wir können bestimmt den Strahl... Auch wieder, wenn wir den Laser unterbrechen, können wir bestimmt den Strahl... ...umkehren. Ach, guck mal, hier unten. Hä? Nee, da können wir auch nichts reinmachen. Naja, hab ich gerade auch schon geguckt. Schade. Guck mal. Ja. Das sind zwei Seiten. Guck mal. Mit dem Dingern. Warte, hier ist der Laser von... Ah, okay, bringt aber nichts. Ach so. Jo. Hauptsache, du kommst auch noch mal gucken, wo du das unten direkt sehen kannst. Ja, ich verpeilere dich jetzt. Ich aber auch. Ach, wie sollen wir das denn jetzt hier... Ach, guck mal da. Da geht das da oben auf, ja. Aber guck mal, da hinten ist auch eine Wand, wo du was dran wagen kannst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß, wie es geht. Oh, was jetzt? Pass auf. Geht er hoch? Warte, wie habe ich das denn eben gemacht? Hallo? Ah, so. Oh, da war ja eine tolle Idee, Kevin. Geh mal bitte. Da oben rein. Männchen. Er geht erst mal wandern, ey, wie gut ist das denn? Kennst du schon Minecraft-Technik? Ich muss noch ein Stück höher. Ich muss noch ein Stück höher. Mal wenn es fest, ne? Das geht nicht. Doch. Doch. Oh, nein, nicht wirklich, okay. Gut. Ah, Moment. Ähm. Ne, das kann, ne, geht gar nicht. Ne, ne, kann ich nicht machen. Ja, ne, das ist, äh. Ja, habe ich schön gemacht, würde ich sagen. Ja, finde ich auch sehr schön gemacht. Ist ja, ist ja wirklich, ist ja wirklich grandios. Hä? Ach, stopp. Ich, ich, fuck. Ja, klar, ich weiß, wie es geht. Komm. Ich muss wieder. Ja, ich will ja auch hoch. Ah. Aber warte, wir gehen jetzt mal kurz auf Reisen. Machst du da hoch? Jo. Ja, ne, ich muss da machen. Gut. Ich muss da machen. Gut, titi, gut. Ja, stimmt, du musst das machen. Ja, hier ist ein Schalter. Ich habe den mal gedrückt. Und, ich habe eine Kugel. Wofür brauchen wir die? Kannst du auch sonst noch irgendwas machen? Guck mal, Lars. Ja. Da oben hast du auch noch Wände, ne? Ja, hier sind, sind noch zwei Wände. Okay, dann, äh, warte. Ah, du kannst doch hier aufmachen, ne? Aber bringt das was? Ne. Ja, doch, ich könnte dann da rein. Ja. Oh. Ah, Moment. Oh, nicht runterfallen. Ähm, ich muss die Kugel da durch, kann das? Ne. Ja. Doch. Ja, aber was fange ich dann damit an? Wenn ich da jetzt ein Portal setze, wo soll ich... Ah, guck mal. Ne. Ne. Ah, ne, warte mal. Ich drücke das weg von dir, ne? Moment mal. Wenn die... Doch, lass mal so. Doch, das ist gut. Da muss ich mich beeilen gleich. Ja, ich hab ne Idee. So, warte mal. Ich mach das mal so. Und jetzt tu ich die Kugel da rein und beeil mich. Ne, Quatsch. Klappt nicht. Ne, ist Bullshit, was ich labere. Die Kugel muss irgendwie in den Laser, denk ich mal, ne? Ja, denk ich auch. Aber wie kriegen wir die da jetzt rein? Und warum gibt's den Schalter, mit dem man das hier aufmachen kann? Du hast da auch zwei Wände bei dir, oder nicht? Warte mal, einen muss ich dann... Ah, ne. Dann ist alles weg, ja. Ja, aber ich muss den wechseln mittendrin. Warte mal. So. Ja, wenn ich jetzt einen wegmache, ist es direkt weg. Warte mal, scheiße. Da kommt der raus, dann geht der da rein, geht dahin. Wenn ich dann dahin mache, dann ist das wieder andersrum. Da ist ja, keine Ahnung. Aber was ist denn, äh... Mit dem hier? Der geht ja nicht umsonst auf. Da müssen wir bestimmt auch noch irgendwas machen. Wie, was ist denn auch... Ach, guck mal da. WTF, guck mal. Geht der rein? Warum ist denn da was? Weiß ich auch nicht. Aber hier, wenn du auf den Schalter stellst, geht ja hier oben auf, ne? Aber warum? Ich könnte da jetzt was treffen. Aber was bringt uns das? Vielleicht sollst du mir dadurch die Kugel geben, oder so. Ich hab dir die Kugel gegeben. Gib mir die Kugel. Aber Moment mal, guck mal. Wenn du jetzt zum Beispiel... Hä? Ja, anders kriegst du die Kugel doch gar nicht da durch. Du musst sie da durchwerfen. Glaube ich. Anderen Weg, die irgendwie rauszubringen, geht nicht. Jo. Ja, dann können wir ja jetzt eh ganz anders gucken. So. So, warte mal. Da ist der Kack. Laser. Äh. Strahl. Warbstrahl. Keine Ahnung. Warstrahl.